So, da sind wir dann jetzt auch mal wieder zu Minecraft. Yay! Ich hab keine Ahnung, wo wir irgendwie sind. Ich hab wirklich keine Ahnung. Ja, sorry, das war noch so lag, ne? Ich kann echt nichts dafür. Wir hüpfen hier einfach mal durch den Wald. Moment, gucken. Moment, einschütteln. Okay, okay. Einfach nicht. Ich meine, muss ich hier auch nicht. Das ist nicht so lag. Dann bin ich mir da auch nicht gewünsicher. Schatz, ich fliege mal. Ähm, ja, könntest du dich jetzt auch mal bewegen, eventuell. Drei Stunden später. Minecraft-Figur will sich nicht bewegen, weil sie... Ach, keine Ahnung. Hey, komm schon. Ich will jetzt hier nicht drei Stunden rumhängen. Na, na, na. Wie wäre es, wenn wir uns erstmal in einen Berg reingrafen? Wir haben hier so ein bisschen ruhig hier. So. Wenn ich mal Zeit habe, kann ich mir auch einen Skin drauf holen. So, das waren wir jetzt, warum ist meine Werbung? Das war... So. Scheiß, bliege weg. Oh, schau. Oh, schau. Oh, schau. Oh, schau. Oh, schau. Oh, schau. Und dann noch eins. Und jetzt tun wir da die Bergbahn rein. Und jetzt bauen wir uns einen Berg zurück. Oh, schau. Scheiß, fliege, ey. Ich kann kurz noch nicht fliegen, ey. Haben die, äh... Äh, äh, ja, scheiß. Ehrlich. Scheiß, sch... Also, fliegen wir jetzt? Schon wieder, ey? Ey, was hab ich damit? Ach, der Moorwurm, oh, eh. Holzspitzacke. Holz, da haben wir... Ich glaub, soweit ich gehört hab, also... Ich weiß nicht, ob's in meiner Version ist. Ich weiß gar nicht mal, welche Version ich hab bringen. Ja. Ach, du Scheiße. Hast du dir... Hey. ich bringe die Flüge gleich um, ne? Na, 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 wie lange nehme ich denn schon? Oh, mein Glöbschen! Naja, drei Minuten geht ja noch. Na, eine Minute, nein, ich lasse man. Klar, man kommt immer nur fünf Minuten mal so hoch, weil... von so viel wird und fragt mich nicht wieder. Und ja. Äh, ja. Bei uns ist mein Ofen sowieso bisschen steinig. Bissin steinig, steinig abbauen. Und dann guck ich mal, wir gehen ja nicht lenken und so. Und dann will ich gleich noch ein bisschen, äh... Dann mach ich gleich gleich die Play und die Server und so. So, ich mach mal hier einen Server auf, wahrscheinlich Kalikver, oder? Mein Glöbschen! Ich hab' mir besser gesagt, halt. Also, es gibt, ich hab' ja gar nichts. Ich hab' ja gar nichts, aber... Nein, nee, erfen muss ich da noch so ne... Deswegen... Hm, ja. Okay. Mach' ich hier erstmal nen Cut, ähm... Wahrscheinlich, wenn ihr... Ich geh' an den Server, dann seht ihr mich gleich im nächsten... äh, beim Server halt. Okay, ja. Dann sehen wir uns. Ciao!